Juhu eine neue Folge Pocket heute und zwar diese Brücke habe ich schon mal gebaut gehabt weil wir wollen ja jetzt schon machen und hier wächst schon auf dieser Zuckerhochwechse wie Hecht hier vorne bei mir aber wirklich wie Hecht wächst ja und jedenfalls habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen was gebaut aber was machen können wir mal ins Bett weil es wird nämlich nacht so ich bin gespannt ob das jetzt hier was wird hier mit dieser Aufnahme habe ich schon so oft versucht und zwar jetzt habe ich hier hinten ein Loch in die Wand gebuddelt und habe dieses Weizenfeld ein bisschen erweitert und wollte halt einfach mal das bisschen erweitern und so das Wasser noch ein bisschen hübsch machen hier so jetzt gab es ja schon lange keine Pocket Folge mehr aber was soll ich halt aufnehmen wie ich Bock habe und nicht wie es ist naja ok wie ich halt Zeit habe und ich spiele halt zur Zeit lieber mal Deedspace und Geheimakte aber zwischendurch ihr seht es kommt immer mal noch eine Folge Pocket also ich habe es nicht vergessen so jetzt habe ich diesen Strich fertig dieses Wasser jetzt kommt noch das andere Feld so ok na wird es dann werden und ich spreche wieder zu weil ich habe das wieder mal versucht mit Aufnahme gleich aber das klappt ja irgendwie nicht ich weiß auch nicht naja jetzt spreche ich halt zu und gut und entweder wird es oder es wird nicht na das wird irgendwie nicht hier mit diesem Wasserteil sie werden schon immer ein bisschen bauen und dann euch immer ein bisschen was zeigen und nebenbei bauen weil da kann auch dieser Weizen ein bisschen wachsen weil wenn ich immer nur ein paar Minuten da bin und wieder weg bin vom Spiel dann wächst dieser Weizen ja nie ne das ist mir so aufgefallen so machen wir das so ich hole glaube ich doch noch mal Wasser weil das ist mir einfach jetzt zu blöd hier mit diesem Feld das will einfach nicht ah guck mal ein Ententanz, ein Ententanz, he he, herrlich die Enten freuen sich mit diesem Strudel, äh Strudel, Strudel zu laufen meine ich Strudel genau so dann machen wir das noch alles gerade hier schön ich hoffe das wächst auch unter dieser Decke aber ich denke schon ne ich meine warum soll es nicht wachsen sehen wir mal so jetzt tun wir mal noch ne ja ja habe ich noch ein bisschen diesen Boden flügen und dann wird es schon so sein so 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 eins zwei drei ah was habe ich was ist denn das äh was ist denn das das ist aber kein Weizen Petrost Petrostis was ist denn das was ist denn das Petrostis was ist denn das für Zeug äh ich pflanz mal an mal gucken mal was rauskommt ne also also Samen für Weizen ist das jetzt aber nicht hier Petrostis wie ist hm wer weiß wer weiß wer weiß so weitermachen sehr schön ok zack 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 ach ist kaputt ich muss ein neues bauen ein neues Flügegerät ja jedenfalls mache ich das jetzt halt wieder mit zu plaudern und dann ist das halt so ich habe auch schon versucht diese Autodatei dann zu kürzen also so ranzuschieben aber dann ist ja dann der passt ja dann wieder nicht also das habe ich jetzt noch nicht diesen Dreh raus ich habe jetzt auch schon mal ein Video von jemand gesehen aber irgendwie klappt das bei mir nicht so naja was soll's aber ich werde mir irgendwann mal noch eine Folge bringen mit was für ein Programm ich das aufnehme ne vielleicht hat dann jemand eine Idee und wie und was wie diesen Don jedenfalls bekomme ich meinen Don nicht passend zum Bild immerhin schauen wir mal ah wieder so ein komischer Samen dabei was auch immer das ist schauen wir mal ne so kurkischer Samen dann pflanzen wir noch an die komischen Samen wa wie groß schaut schon aus schauen wir mal was das ist da bin ich aber gespannt so haben wir alles haben wir alles da hinten den Zaun mache ich weg das sieht ja irgendwie ich weiß nicht blöd aus finde ich ich brauche da glaube ich keinen Zaun drum rum machen erst einmal weil ich kenne die auch rum also zumindest keine Zaunwiesen so und Zeugs da mache ich hier ein paar Blumen her obwohl ich mal noch schnell war Blumen oder habe ich noch was im Inventar mal gucken blumen mäßig na ne noch eine gelbe ein bisschen wenig ne da holen wir noch was da holen wir noch was da holen wir noch was ne das auch nichts da musst du was holen zack zack lauf zu ok schnell ein bisschen Blümchen holen für meinen Vorgaben kann man sagen so einmal gelb na was ist denn jetzt na kein Zaun holen die Blümchen kein Zaun bauen drum rum zack jetzt habe ich es ach mir ist schon wieder müde hier so Zeug so da tue ich gleich mal die andere Waffe nehmen vielleicht kriege ich noch ein bisschen Samen raus ne ok ja da müssen wir weiter hier Blümchen sammeln wie haben wir denn jetzt Blümchen ja da machen wir noch zwei gelbe wa da da dürfte es erstmal passen so jawohl sehr schön Eimann frei so da tun wir noch die Blümchen hinsetzen und ja das sehen wir weiter ne ja ich mich glaube ich auch bald wieder verabschieden weil langt ja erstmal auch wieder hier in dieser Pocket Edition Folge so na gehe ich halt mal zum Blümchen bauen hin so jawohl zack 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 wieder komisch die letzten zwei da hinten ne irgendwie so hm wer weiß wer weiß wer weiß so noch die blauen Blümchen sehr schön sieht das aus wunderschön ja ja so ein bisschen ne ist wenigstens ein bisschen hübsch geworden ok mein Bock in die Karte ist eh nicht so groß was will man denn da bauen so ich werde mich dann auch langsam verabschieden ich gehe noch ins Bette und dann werde ich mich langsam verabschieden also ich sage schon mal tschüss 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 tschüss